Der Schmerzkatalysator. Es ist mir gelungen, den Arkon, der die Dark Elder Räuber angeführt hat, zu eliminieren, aber das Blutvergießen dauert an. Eigentlich wird es noch schlimmer. Ein Hemonculus, ein unsinniger Dark Elder Fleischbildhauer ist meinem Urteil entgangen und die Xenus starteten ein riesiges Massaker in der Makropole Gladius. Diese Taktikänderung ist irgendwie mit einem mysteriösen Schmerzkatalysator verbunden. Ich muss sie aufhalten und ihr schreckliches Geheimnis enthüllen. Machen wir das. This is revolting. The Dark Elder truly went on a rampage in the Hive. It's most unusual. The Dracari are sadistic insane torturer's, but their raids are methodical, almost surgical in execution. This mindless massacre looks almost random. Something odd is going on. I have a feeling that whatever a paincatalys is, it must be connected to this vile display of cruelty. I need to fire that Hemonculus. Ich bin auch mal gespannt, was ein Schmerzkatalysator sein soll. Paincatalyst. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Zenox-Devices seem to collect pain, fear, vitality, and negative energies released during battles and other acts of violence. Judging by the picked recording of your skirmish, the machines could also transfer the accumulated energy to the Dracari to revitalize them. That must be the reason why they have begun murdering the entire population of this Hive. They are charging the Catalyst. Triangulation is complete. I have the coordinates of the remaining pain-catalysts. You should return to the ship immediately. Can I now jump over with the big robot? What is going on? A big robot was promised. Wo ist der Roboter? Passiver Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Was ist eigentlich noch? Konstrukt Fähigkeit? Konsort Fertigkeitspunkt. Das ist einfach. Das ist einfach. Nichts ohne. Was ist das? Achso, Katafron. Bewegungsgeschwindigkeit ist zwar nicht schlecht, aber es ist auch nicht so krass. Es bringt nichts, wenn die sich schneller bewegen können als ich. Und Nahkämpfer können mittlerweile springen. Also ich brauche eigentlich nicht noch mehr. Die Zeit natürlich auch nicht so wichtig. Gestundheit eventuell. Auch nicht so. Gut, Widerstände von mir auch nicht schlecht, aber wir versuchen ja eigentlich größtenteils nicht getroffen zu werden. Ich finde die einfach plus 50% Erfahrung. Dann bleiben wir erstmal beim Angriff, oder? Nahkampfschaden. Ich weiß halt nicht, was Flächenschadensbonus angeht. Mache ich viel Flächenschadenbonus? Ich habe eigentlich eher Single-Target-Attacken. Das würde sich dann vielleicht wirklich langsam lohnen, so zu überlegen, ob man vielleicht doch, ob man vielleicht doch einen anderen Roboter mit reinnimmt. Einen, der halt bisschen was reserviert. Also hier zum Beispiel der Castellan-Roboter, der würde 50% Datenflux reservieren. Dann könnten wir in solche Punkte reingehen, die, in Skills reingehen, die Bonus bringen, wenn man Datenflux reserviert. Wäre eine Überlegung wert. Die Katafon-Dinger, die überzeugen mich nicht so sehr. Gut. Sprecht mit Ragnar. Oh, ja. Bähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähäähä